So, oh wir haben ein geheimes Treffen. Trifft dich mit einem Team, um herauszufinden, was die richtige Wahl für einen Wechsel ist. Oh, okay, 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 wir haben ein geheimes Treffen, meine Damen und Herren. Vorher gehen wir mal ganz kurz in die F&E-Abteilung rein und schauen nochmal, wer entwickelt das mal hier gerade. So, da machen wir weiter und dann gehen wir mal gerne in ein geheimes Treffen rein, beziehungsweise gehen wir jetzt mal in die Ziele rein. Halte die Reifen in einer Session unter 120 Grad, schließe das Wochenende höchstens vier Kollisionen mit anderen Autos ab. Ich würde mal sagen, das machen wir mal, ich hoffe einfach, dass ich nicht vier Autos zerlege. Vorher bleibt hoffentlich ganz stabil. Bestimmt CO5 Motorsport, das muss es so sein. Schließe eine Session mit der schnellsten Runde ab, reichen, wenn es einer durchdinkt? Ja, das wird auch hoffentlich funktionieren, wir gucken mal. Schließe fünf Runden, wenn es ohne Strafen und Verwarnung ab. Ja, das kriegen wir wohl hin. Ich erbringe während der Training mehr als 4,5 Sekunden im vierten Gang, er mit seinem Scheiß... Schließe im Training eine Runde mit mindestens zwei Reifen setzen ab. Das machen wir ja auch automatisch. Dementsprechend, ich mache mal Ina's Primärziel, weil das schaffen wir am easysten, muss man fairerweise sagen. So, wir gehen mal zu einem geheimen Treffen. Oh, mit Red Bull. Oh, ho, ho, ho. Ja, 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 äh, Verstappen mal setzen, da sehe ich mich. Treffen mit Red Bull. Oh, okay, Red Bull Wasting ist hier, weil sie dich als potenziellen Neuzugang betrachten. Sie haben uns ein paar Informationen zur Verfügung gestellt, die sollten wir uns ansehen. Okay. Äh, unsere Performance. Aktuelles Team anzeigen. Erster in der Konstrukteursposition, wir sind, ähm, ja, insgesamt fünfter, achter sind wir nur, erster, zweiter. Äh, beide zweimal erste Plätze maximal. Wir machen mal ein Gespräch fortsetzt, oder? Wir talken mal ein bisschen noch weiter mit den Boys. Habe ich jetzt Nein gesagt? Ich habe die sozialen Netzwerke durchforstet und mich umgehört. Und ich freue mich, dir sagen zu können, dass das Team nichts davon weiß, dass wir mit jemand anderem geplandet haben. Und das Treffen lief auch gut. Ich weiß, ich weiß. Ich bin unglaublich. Gern geschehen. Okay, das sah so aus, als hätte ich gesagt, nein, danke. Aber das hief wohl, ja, ja, wir sehen uns wieder. Schumi hat eine komische Gestik anscheinend. Aber na gut, ähm, ja, aber anscheinend ist alles fein. Wir werden uns nochmal wiedersehen und dann nochmal ein bisschen weiterquatschen, ne? Nach der Saison mit Ferrari kann man wieder mal ein paar Red Bull reinschluppern, ne? Ja, wir gucken mal. So, jetzt gibt es mal Ressourcen und dann geht es nach Japan. Nicht meine Lieblingsstrecke. Suzuka ist auf gar keinen Fall eine meiner Lieblingsstrecke, aber, na gut. Schumi zu Red Bull wäre es realistisch? Ich glaube eher weniger. Also vor allem in den letzten Jahren Schumi ja eher bei Teams gefahren, die, sagen wir mal, so ein bisschen streamig gepasst haben, wie Mercedes, wo er zusammengearbeitet hat oder so. Ähm, aber ja. Hast du aufs Team Malemant Ultimate angeschaut? Ne, immer noch nicht. Ähm, ist aber auf jeden Fall noch auf der Liste. Das will ich mir immer noch angucken. Auf jeden, auf jeden Fall. Ähm, mit zwei Punkten können wir aber nichts mehr entwickeln, ne? Ne, da brauchen wir nichts gucken. Okay. Na gut, gehen wir nach Japan. Suzuka. Ich, ich hab nicht so wirklich Bock auf die Strecke, weil ich, dieses Text hat gefahren. Am Anfang bin ich nicht so gern. Ich vermute, mit dem neuen Helling fließt nicht geiler. Aber wir, lass uns überraschen. Wir schauen mal, was so geht. So, Nachrichten. Ja, Entwicklung abgeschlossen. Wetter vorher. Oh, fuck. Wer hat nochmal vorhin das Regenrennen haben wollen? Der hat das. Scheiße, Alter. 13 Runden im Regen. Ach, du Kacke. Ja, gut. Okay. Ja, gut. Problem ist, wir haben kein Training und kein Qualifying im Regen. Heißt, ich hab keine Trainingszeit im Regen. Ich hab keine Ahnung, wie ich das fährt. Ach, du Scheiße. Ohne Trainingszeit im Regen. Vorhin ist es scheiße. Ich hab keine Ahnung, wie das Spiel im Regen sich fährt. Es ist Training in Japan. Naja. Wird schon gut gehen, ne? Also muss gut gehen. Anders ausgedrückt geht. Es geht nicht anders. Sag mal, wie das. Es geht nicht anders. Wir machen jetzt mal Qualifying Tempo. Ich hab mit den F&E-Leuten über die neuen Teile gesprochen. Und sie wurden erfolgreich in den Wagen eingebaut. Wenn wir Glück haben, kannst du die Verbesserung spüren. Also probier sie mal aus. Frankie, lurken ist vollkommen fein. Ich hab mit Lurkern gar kein Problem. Ich bin selber ein Lurker. Alles super. Also ich bin selber meist auch recht wenig in Chats aktiv. Deswegen lurkt, wenn ihr lieber so streamshortet. Das ist vollkommen für mich in Ordnung. Ich kann jetzt gerade hier bei F1, ihr seht ja selber eh nicht so viel mit dem Chat. Deswegen macht euch mal gar keinen Stress damit. Zuschauen ist schon Unterstützung genug. Kuss, kuss. So. Dann machen wir erstmal ganz kurz die Trainingssessions. Erstmal Grusetzen, wenn wir ein bisschen die Luca reinbekommen. Verschränklicherweise. Wir haben die Zeiten unserer direkten Konkurrenten abgeschätzt. Diese gilt es also zu schlagen. Oh, okay. Den Körper lassen wir in Ruhe. Der Verhältnis versetzt mich ja mal übel. Schauen wir mal. Ich weiß, dass das dann... Wir drehen hier auf das Stadtziel. Oh ja, ich hab's ja gesagt. Junge, der Grab vor oben. Sie ist richtig, wo ich in dieses Zickzack-Gepfahre reinkomme. Wo ich auch vorher gesagt habe, das ist überhaupt nicht meins. Und das Spiel so, ja, das sehen wir. Es ist unübersehbar. Das ist gar nicht deinses, Bruder. Tenny Moa. Ja. Wir haben bei diesem Versuch nicht wirklich die Daten bekommen, die wir wollten. Ja, ja. Ich habe auch keine Daten bekommen, die ihr wolltet. Das Co-Lap-Fying-Ding ist Quatsch, Alter. Da bin ich einfach nicht flott bei dem Co-Lap-Fying-Ding an. Aber 2 von 5 Punkten diesmal sind besser als nichts. Gut. Benzin-Management. Nächste Trainingssession. Rainer. Hier testen wir das Treibstoff-Management. Also versuch beim Einfahren in die Kurve die Lift-and-Coast-Technik anzuwenden. Sei nicht zu aggressiv am Gas, aber denk daran, du musst die minimale Rundenzeit unterbieten. Oder meine Technik, ich gebe ihm Vollgas und wir hoffen, wir waren da nicht genug Sprit. Lift-and-Coast. Bei mir ist einfach nur so 1-0. Ich fahre jetzt ja Ding. Ich dachte, meine Fresse ist das hier am Vibrieren auf dieser Scheiß-Kran. Was haben die da verlegt? Betonplatten. Und darum kriege ich hier ein Lenkrad-Feedback, was wirklich jenseits für gute und böse ist. Ich erziele gerade, das ist ja übel uneben. Oder kommt mir das nur so vor? Ich habe da so eine Vibration im Lenkrad. oder kommt mir das noch so vor? Also geht's da so ein? Oderแตא. Also wird es nicht sicher. So lange komme ich den Flow in die Strecke rein, muss ich dabei sagen. Das macht sogar gerade ganz gut Spaß, erstaunlicherweise, Lageria, Bezuka. Auch nicht gedacht, doch so verhältnismäßig gut hier einen Weg in das Spiel finde, weil ich Strecke finde. Der Formel 1 Fahrzeug hat hier doch einen recht guten Flow, weil man ein recht hohes Griptlevel die ganze Zeit hat und dadurch natürlich auch diese Strecke dann sehr angenehm fahren kann. Junge, der Williams hat aber einen sehr interessanten Platz gemacht. Mal gucken, ob wir jetzt auf Konfrontationskurs gehen. Ich habe nicht so ganz viel gerechnet, es kam ein bisschen überraschend. Wirklich? 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 Na doch, so lange komme ich in den Flow rein. So lange komme ich in den Flow rein. Jetzt sind wir jetzt gerade komplett stehen, du Lieben, ich glaube ja, ne? Okay. Dann glaube ich, Williams. Aber was wäre wohl? Muss nur Williams eigentlich gewesen sein. Oder ein Cash App bla bla bla. Racing Bull ist wie ich meine. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Boah, Alter. Ihr seht hier auf der Gerade. Guck dir das mal an hier. Hier ist richtig Kraft hinter. Warum auch immer. Auf der Gerade ist das Spiel irgendwie irgendwelche Daten am Senden, die echt übel sind. Gut. Da haben wir sogar vier von fünf. Super. Dann machen wir noch Rennstrategie zum Ende. Dass wir einmal alle Großsachen durch haben. Und dann haben wir auch genug Trainingzeit gehabt. Obwohl, wie gesagt, die Trainingzeit hier eigentlich nur für den Flow der Strecke ist. Die Geschwindigkeit und Anfahrt der Kurven wird leider im finalen Rennen ein bisschen anders, wenn das unter Regenbedingungen stattfindet. Aber na gut. Einzige Sache, was ich so ein bisschen nach an dem Turtle Beach finde, jetzt vor allem, wenn du mal so ein bisschen stärkere Vibrationen hast, wie jetzt hier auf der Gerade in Suzuka, dann hörst du den Motor schon arbeiten. Das Problem ist, den hörst du halt ins Plastik arbeitet. Du hörst halt so Plastikgeräusche von der Base selber, die halt in sich am Vibrieren ist. Das klingt dann erstmal nicht geil hochwertig und es ist dann auch ein bisschen störendes Geräusch. Mal einmal noch nach. Also ich muss sagen, guck dir, da ich Drive-Motor hier drin, ja wirklich super. Also da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Der ist vom Feedback und von der Kraft von der Newtonmeterzahl, die der gerade mal mit sich bringt. Was war halt drei, vier oder fünf? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm. Wirklich voll in Ordnung. Aber wie gesagt, die Geräuschkulisse, merkst du dem Gehäuse ein bisschen an. Ein bisschen mehr Metall, dem Ganzen auch gut getan, weil das hier alles Plastik ist. Und mit Metall wäre das sicher ein bisschen stabiler gewesen. Aber es ist ja noch teurer in der Produktion, aus dem ich da hink. Fällt aber nur in so Extremfällen jetzt auf, wo es wirklich mal echt ins Direct Drive voll reingeht. Entschaerts ja noch mehr... Ein bisschen mehr Tomas und den Gehäuse. Englisch. Entschaerts ja noch mehr Tomas. Es ist ja noch mehr Tomas und den Gehäuse. Ich glaube, ich habe gerade nichts zu geübeln. Ich habe die Kupplung auf das Kupplungspedal, weil ich denke, das hat ja einen. Aber soweit ich das darauf lege, ist das irgendwie ein Zurückschauen-Problem. Aber da habe ich mich gerade ein bisschen mehr draus treiben lassen und dann ging es mal gerade ein bisschen mehr ab. Das war ein schöner Abflug. Ich denke, im Rennen da sind solche Sachen auch drin. Also da, wo ich über einen Wald wirklich nur in der Startphase, wo halt dumme Fehler von mir kommen. Und Dreher wäre halt ein Dreher. Ich muss mal ein bisschen wieder Floch kriegen nach dem kleinen Ballett, was wir da hingelegt haben. Ich muss die Kürze in Ruhe lassen, Mann. Da hebt er sich wirklich, hebt er sich sonst wirklich aus, ey. Und wenn die Reifen runter sind im Rennen, muss ich aufpassen, weil da ist der Exit wirklich ein Problem. Also da muss ich wirklich aufpassen, weil da kann ich mich, wenn ich Pech habe, richtig wegkammern. Hier war die ganze Zeit McLaren dran. Ah, zu spät. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. So, den Test haben wir abgeschlossen. Und damit sind wir durch unser Training durch hier. Man muss ja sagen, am Ende habe ich jetzt einen ganz guten Flow sogar entwickelt. Also das ging jetzt sogar, muss ich fairerweise sagen. Das war sogar vom Flow am Ende ganz okay. So, wir spulen mal gerade vor wieder. Diese Programme, also soweit alles abgeschlossen. Recht schaffen wir auf jeden Fall ein Training 2 und 3. Also alles gut. So, ich bin mal gespannt, wo wir nach dem ersten Training landen. Dass wir so platztechnisch da erreicht haben. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Ich muss auch fairerweise sagen, die sind sehr viel auf Soft schon gefahren. Und unsere Qualifying-Runde war irgendwie nicht die schnellste. Lieber weit entfernt von die schnellste Runde zu sein. Na gut. So. Weiter geht's. Mozilla, willkommen, 18 Monate, danke für den Resub, vielen Dank. Ähm, wir fangen gerade auf Suzuka. Das ist Suzuka in Japan. So, machen wir jetzt mal das Qualifying-Runde, das wir hier mal voll kriegen. Ähm, ähm, ähm. Jetzt habe ich noch nicht einen Fehlschlag gehabt, ne? Von euch verwundert mich ein bisschen. Man kommt hier schon sehr gut durch. Warum auch immer. Aber na gut. Es wundert mich nur ein bisschen. Na, haben wir jetzt mal einen Fehlschlag? Es gibt keine Fehlschläge. Das ist nicht möglich im Trainingsmodus. Servus, du bist keiner. So, letztes Training noch. Da haben wir noch einen Punkt, den wir, äh, zwei Punkte, glaub ich, die wir abarbeiten müssen, ne? Ne, einen. Hier müssen wir noch einen abarbeiten. Das kriegen wir aber hin. Das kriegen wir sehr easy hin. Gut. Damit haben wir Training vollkommen abgeschlossen, alles wieder erfolgreich geschafft. Ich blende mich mal gerade wieder aus, damit ihr Schumi seht. Hallo, danke. Gesamtpunkte und Erfahrung ist aber auch wieder wunderbar gestiegen. Das macht, glaub ich, in der Gesamtwelt noch nichts aus, weil unser Tempo so das Hauptproblem ist, an dem wir noch arbeiten müssen. Ähm. Das ist so eine Sache, die wir im Rennen halt immer super viel dran verlieren, leider. Aber naja, gut. Gut. So, Blitzqualifying steht an. Da gut abliefern, eine gute Startposition ist wichtig eigentlich, weil ich weniger Gischt in der Fresse haben will, wenn Regen. Ich hab wirklich ein bisschen Schiss vom Rennen, weil ich keine Ahnung wie das Regen... Also ich sag so viel schon mal, im Rennen werden wir, denk ich mal, 1, 2, 1 mehr nutzen, weil ich noch kein einziges Regenrennen hier im Spiel gemacht habe. Und keine Ahnung hab, wie rutschig das ist, ich vermute nur kackenrutschig, aber na gut. Ähm. Ich hab wohl hohe Erwartungen an dich. Also gib in dieser Session alles am wichtigsten, dass du dich Ford-Charles qualifizierst. Die internere Fahrradrealität zu gewinnen ist immer die erste Bestlatte für deine Leistung. Wie geht es dir heute? Bist du zuversichtlich? Wir haben schon mal über den Flow geredet und der ist auch hier enorm wichtig. So ziemlich jede Kurve geht in die nächste über und vor allem im ersten Aufstieg gilt, wer von der Linie abkommt, zahlt dafür bis zur Dekener 1, okay. Wer bei keiner der Kurven zu gierig. Alles nachscheinend läuft auf eine gute Ausfahrt aus der Dunlop-Kurve Nummer 7 hinaus. Wer die hinbekommst, kann nichts mehr schief gehen. Vergiss auch nicht, dass es verschiedene Methoden für die Harnadelkurve gibt. Instantiv würdest du wahrscheinlich versuchen, eine enge Linie zu fahren, aber wenn du ein wenig weiter ausholst, kannst du vermutlich mehr Geschwindigkeit mitnehmen. Ein bisschen wie das Karussell auf der Nordschleife. Ich finde gut, dass er gerade die Harnadelkurve-Suzuka mit dem Karussell auf der Nordschleife vergleicht. Wilder Vergleich, aber ich lasse es unserem Ingenieur jetzt gerade einfach mal durchgehen. Ähm. Einziehen haben wir schon erreicht, schließe fünf Runden. Das haben wir noch nicht. Schließe im Training eine Runde mit mindestens zwei Reifensätzen ab. Ach krass, das haben wir nicht geschafft. Eine Runde mit mindestens, habe ich doch. Ha. Okay, schade. Das habe ich anscheinend nicht geschafft. Und das ist das Ding, was ich am meisten gepusht habe. Kacke. Durchschnittliche Schwäger. Gut, das können wir jetzt erst abschließen. Und das Wochenende müssen wir natürlich erst mal abschließen, dass das Goal überhaupt gewertet wird am Ende. Muss man fairerweise sagen. Dementsprechend. Ja, gut. Gehen wir mal ins Blitzqualifying. Und lass uns nur mal überraschen, was wir hier auf Suzuka so ableisten können. Daumen drücken. Ein herzliches Willkommen an einem Ort, der im Laufe der Jahre viele sensationelle Runden gesehen hat. Erinnert ihr euch an Verstappen 2023? Viertel 2019? Es gab einige phänomenale Pollrunden. Es geht gerade eigentlich nur um Red Bull, um ehrlich zu sein. Erinnert ihr euch einen Red Bull? Ich finde gut, dass ich einfach die scheiß Werkstatt von Carlos Sainz habe. Dass man den Schriftzug dahinter halt nicht geändert hat. Was ist denn das, Diggi? So, hey, du kannst jeden Fahrer fahren, wie du willst. Aber wenn du nicht Carlos Sainz bist, bist du trotzdem Carlos Sainz. So, warum hätte man das dann nicht ändern können? War das dann irgendwie Pfarrer gesagt? Ja klar, können die anderen Fahrer fahren. Das ist Carlos Sainz. Das ist Carlos Sainz, Bitches. Schade. Da hätte ich gerne Schumara stehen gehabt. Aber na gut. So, Concentration. Guck mal mal. Ich weiß nicht, du kannst noch nicht bleiben. Im Grunde noch eh die selbe Strecke. Egal. Richtig. Ich habe beide Asphalten, beides Rundkurse. Ich finde, dann sollte man sich auch manchmal nicht so haben. Und selbst für alle. Ich gehe gleich nach dir. Ich gehe gleich. Also, es ist ja nie. Es wird nicht werde, sondern in deinem真 Reform gef Цывайтесь. Musik Ja, aktuell sind wir von der Produzierung größten hier nicht so geil. Mein erster Sektor hängt mir hier auch gerade mal so ein bisschen hinterher, habe ich das Gefühl. Er macht mir das hier gerade nicht leichter. Musik Na, was ist es? Wo sind wir gelandet? Elfter, ah. Oh, mittendrin. Mittendrin ist das nur dabei. Aber ich hätte gerne mittendrin statt nur dabei nicht bei den Regenrennen. Alter, ich habe so richtig Schiss vor der ersten Kurve, Mann. Oh, das kann doch nicht gut gehen. Ich habe wirklich Angst vor dem Rennen. Ich habe wirklich Angst vor diesem Rennen. Ah, ich blöde mich mal gerade wieder aus. Gibt es irgendwo Bohnen? Ey, Tempo haue ich bei Schumi halt so kaputt. Schumi hat nach der Karriere gar kein Tempo mehr. Der Mann läuft auf Krüge, oder der humpelt hier nur noch durchs Fahrerfeld, Mann. Oh, nee. Ja, Rennen wird jetzt lustig. Mal abwarten. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, was es erwartet. Lassen wir uns überraschen. So, okay. Wir sind so gut vorbereitet, wie es nur geht. Jetzt liegt es an dir. Zeig ihm, was du da drauf hast. Nein, ich habe verschrieben. Keines meines offiziellen Firmen-Mails. Wir behalten, wie immer, alles von der Box aus dem Auge. Wenn du eine bestimmte Information brauchst, Fokus an. Okay, wir sehen uns im Park Parmé. Gut, Reifenwechsel fällt ja höchstreich flach, weil es regnet. Dementsprechend. Strategie gibt es keine. Überleben ist die Strategie. Gucken wir mal. Ich hoffe, ich brauche jetzt nicht 20.000 Rewinds. Ich hoffe, da kriegen wir uns hier irgendwie ein bisschen auf der Kette. Ich habe halt keine Ahnung. Ja, deswegen habe ich mit dem Humpel und so anerlass. Ich habe versucht, mich gerade noch mal zu verbessern. Ich habe auch gemerkt, dass meine Ansprüche war halt drauf, weil ich hier immer langsamer wird. Aber ich habe gerade auch gemerkt, jede Ansprüche nicht springen ist eigentlich scheiße. Das ist mir auch aufgefallen. Mann, ich muss da nicht noch mal extra betonen. Vielleicht hat es ja keiner mitbekommen. Aber anscheinend haben es Leute mitbekommen. Zu Genüge. Naja. Ist, wie es ist. Suzuka war ein paar Jahre nicht im Formel-1-Kalender vertreten. Aber jetzt ist die beliebte Strecke wieder da. Herzlich willkommen zum Grand Prix von Japan. Ja, es regnet. Geil. Südwestlich der japanischen Millionen-Metropole Nagoya liegt der Suzuka Circuit. Heute ist es hier sehr windig und nass. Dieser Wind wird vor allen Dingen in Sektor 1 den Fahrern extrem viele Probleme machen. Denn in Sektor 1, der 5,79 Kilometer langen Strecke mit ihren 18 Kurven, dort sind die schnellen Esses. Und die haben es unter diesen Umständen in sich. Überholt werden kann am Ende von Start und Ziel, also hinein in Kurve 1 und natürlich immer vor oder in die letzte Schikane hinein. Aber es gibt auch noch die H-Nadel-Kurve. Und in der hat es ja auch schon das ein oder andere verrückte Manöver gegeben. Frag nach bei Kamui Kobayashi. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole. Und daneben steht Fernando Alonso. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Russell, Norris, Oscar Piastri, Leclerc, Hamilton, Stroll, Wo ist der Peres schon gar? Ah, mach ich da. Michael Schumacher, Gasly, Joe, Riccardo, Albon, Sargent, Sargent, der betont Sargent wirklich so dermaßen falsch. Das ist übel, Alter. Junge, das ist einfach ein englisches Wort Sargent. Sargent, Sargent, schickert ihm die Zahnsprache aus dem Heu. Bei mir in der Kommentatorenkabine ist heute Stefan Römer. Stefan, wir als Profis geben natürlich nichts auf Gerüchte, außer manchmal. Und in diesem Fall hat es sich ausgezahlt, den Gerüchten zu glauben, denn sie haben sich bestätigt. Beim letzten Mal lief es leider nicht so gut. Es war kein gutes Rennen. Die Frage ist, können Sie das ausblenden? Gute Frage, Sascha. Wer? Wer kann was ausblenden? Welches Rennen war scheiße? Von wem? Von wem wird geredet? Mir wurde das Fahrer immer gesagt, dass ich es abhaken und vergessen soll. Natürlich tut es weh, wenn es passieren. Adokorn setzt die Strafe. Wirklich? Oh Gott. Aber man darf sich nicht damit aufhalten und es ins nächste Rennen mitnehmen. Also lass es hinter dir. Ich bin nicht drauf geachtet. Mach einfach mit dem Rennen weiter, das jetzt vor dir liegt. Obwohl Adokorn die Strafe nicht bekommen wegen dem letzten Rennen. Ich vermute mal, oder? Wir haben ein paar Punkte gesammelt. Bleib dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10 hin. Also ich vermute, die Strafe war doch höchstreich dafür, dass er da höchstreich in die Fresse von Hülkberg reingelenkt hat und eigentlich dafür mit einem Mord gestraft werden müsste. Also versucht er Mord. Also letztendlich war es Selbstmord mit versuchten Mord. Aber ich vermute mal, die Strafe war auf dem letzten Rennen noch. Ja, wir fahren durch. Wir könnten auch einen Reihenwechsel machen, aber der Intermedien müsste nochmal die Strecke locker schaffen. Oh Gott, ich will nicht starten. Ich habe gar keinen Bock auf das Wetter. Ja gut, komm, scheiß drauf, rein da. Wir gucken, was passiert. Ich glaube, Abschluss passiert, oder? Ja. Natürlich passiert ein Absturz. Wo habe ich die Maus hingelegt? Fuck, die habe ich da am Schreibtisch liegen. Warte, ich muss kurz meine Maus holen. Die liegt vor dem Schreibtisch. So, da bin ich wieder. Wie soll das gehen wegen dem letzten Rennen? Das ist in echt ja auch so. Also wenn du eine Strafe teilweise nicht mehr absetzen kannst oder so, kann das Plätze strafen ja mit sich führen, anders. Und ich würde jetzt sagen, dass das Spiel das auch umsetzen kann, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Also dass wir im Spiel halt auch Strafen bekommen, wenn du halt im Rennen vorher nicht ausreichend bestraft werden konntest gewissermaßen. Und ich meine, ich meine, er hat sich selbst bestraft, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Passt gleich in der Mitte, Junge. Ja ey, Windows 11 halt. Ist doch normal oder so, oder nicht? Aber ich bin damit jetzt... Ich stelle, ich triggere dich so sehr. Kann man Windows 11 überhaupt die Positionierung ändern? Das Spiel kann das neu... Wäre dann mehr neu, aber wäre cool. Achso, wegen dem Spiel selber. Ob das Spiel das kann, ich vermute mal, ne? Ich hätte es jetzt gedacht. Passlich, kann man ändern. Ja, dann lass es jetzt extra da, weil ich merke, das triggert dich. Dementsprechend ändern wir an dieser Positionierung jetzt Gornix. Nur für dich, Ananas. Nur für dich lass ich die genau, wo sie ist. Und Ananas macht da gar nichts anderes dran. Nee, Drivers, gibt das auf Steam? Ja, ja, das gab es damals halt auf Steam. Du startest aber immer noch über Ubisoft. Also du hast Ubisoft im Hintergrund. Du hast es auf Steam, aber es ist ja nicht einfach, als hättest du eine Ubisoft-Person. Tut dir nicht viel. Neuer Content, äh, Driver wird auf jeden Fall bald nochmal kommen. Das ist die Sache. Driver werden wir auf jeden Fall nochmal wieder entweder im Stream oder im YouTube-Thema nochmal machen. Also keine Sorge, jetzt. Driver ist auch auf der Liste. Das wollte ich immer mal wieder machen. Ich habe es vor ein paar Jahren mal versucht, da hat das Ding auch bei mir technische Probleme, also so Mikro-Ockler, die je nach Hardware auftreten können. Eigentlich müsste das aber jetzt kein Thema mehr sein. Ähm, dementsprechend werden wir dem ganz normalen Versuch geben, auf jeden Fall. Aber kann ich noch nicht sagen, wann. So. Ich will jetzt gerade mal kurz gucken, das ist noch keine Strafe. Aber das würde mich jetzt gerade mal interessieren, dann gehen wir ins Rennen rein. Aber ich will mal ganz kurz die Graf von Ocon sehen. Ja, wunderbar. Aber ich habe schon sehr oft Abstürze in dem Spiel, ne? Das ist irgendwie vor den Rennen, das ist mittlerweile eine Regelmäßigkeit. Nicht super nervig, aber ein bisschen lästig, ja. Und vor allem machen sie keinen Game-Waking-Bug, aber Nervigkeit. Ja, ich strafe krass, what the fuck, Digga. Wäre schade, das neue Formate momentan so wenig Klick haben. Es gab Spiele mit... Ja, leider ja. Ich weiß, wie es ist leider. Ich muss mich leider so ein bisschen daran berichten, was am Ende geschaut wird. Wenn ein Video oder ein Inhalt nicht relevant ist, dann muss es leider auch im Kanal wieder verschwinden. So cool es ist. Aber ich weiß, was du meinst. Das nervt mich persönlich auch ein bisschen, aber das ist leider das Game gewissermaßen, so dumm es klingt. So, gut, dann schauen wir doch mal, ne? Ach, ich will auch freuen, dass wir jetzt hier in... ...sogar keine Scheiße bauen. Schlechte Start auf jeden Fall erwischt. Ich glaube, ein bisschen... Boah, ha, 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 ha. Ich bin sehr vorsichtig gewesen. Boah, Junge, da ist aber jemand gerade... Das wäre aber gerade echt doof geworden für mich. Der ist aber gerade ganz doof da abgeflogen. Ei, 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 ei. Boah, da hatte ich gerade Schiss, dass der mir in die Spur rutscht. Oh, Gast, der hat jetzt schon eine 10 Sekunden Strafe. Alpin gibt auch alles hier im Rennen. Alpin möchte einfach, hat einfach Bock. Die hat denn jetzt schon eine 10 Sekunden Strafe. Was, Mann? Was kann man denn jetzt schon so schlecht gebaut haben, dass man jetzt schon eine Strafe hat? Uh. Dankeschön für den Wait. Grüßt euch. Ich kann da gerade nicht genauso auf den Chat achten, weil wir gerade mit dem Rennen sind, aber grüßt euch. Hallöchen, Hallöchen. Viel Spaß. Hallöchen. Boah, Alter. Ricardo hier aber auch ein Committen, ey. Es ist wirklich Schritt auf der Kanonenkugel. Boah, ist das eine schwierige Scheiße. Muss ich die ganze Zeit korrigieren. Kommitten hier aber auch. Was Ricardo kann, kann ich auch. Yo, yo. Gut, Gasly ist eh irrelevant eigentlich von der Positionierung, weil 10 Sekunden Strafe, der ist am Arsch der Heide. Boah, ich würde zumindest aber gerne in die Punkte kommen. Ja, ich sehe gerade, Lenkrad-Komment ist nicht mehr richtig. Es ist aktuell ein Turtle Beach Velocity Race 1. Das Fertik hat mittlerweile erst mal ausgedient und von defekt. Boah, dieser Obersteen, dieser Kurve immer. Boah, boah. Ja, 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 komm schon. So, 6, 2, gelbe Flagge. Grüne Flagge. Ja, wieder auf hier, das ist doch weggedreht gerade jemand. Hinter mir. Ist doch Elben. Och, Digga, schon wieder, was ist heute los hier? Jo, wir haben gar keine Safety Cars. Guck mal, ey, wir haben die KI angepasst. Jetzt gibt es deutlich mehr Safety Car Phase und so. Mein Spiel so, jedes Rennen ist Safety Car Phase, ja. Da stand, da hat ein Williams nicht gedreht. Ach, ey. Junge. Also, jetzt ist schon fast zu viel. Aber in dem Regenrennen ist es noch legend, dass es passiert von mir aus. Ja, gut. Kurzer, wichtiger Hinweis, wenn ihr Fragen über wichtige Fragen habt ihr, oder ihr denkt, die wirklich gerne beantwortet, stell die mir am besten nach dem Rennen, nicht während dem Rennen, weil ich kann es im Rennen echt schwierig auf den Chat eingehen. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ich habe gerade wegen der Escape from Tarpcorp gesagt, das Spiel ist aber überhaupt nicht meins. Bei Shootern bin ich leider, wenn, eher auf der Action-mäßigen Seite wie Call of Duty und Co. Ich bin halt gar kein Taktik-Fan bei sowas. Da mag ich dann einfach schnelle Runden. Ich mag aber nicht, wenn ich tot bin, warten muss. Das ist alles nicht so meins. Also, ich habe es gesagt, es gibt Tarpcorp, ein super cooles Game, aber überhaupt nicht mein Genre. Ich habe jetzt überhaupt ausgeschieden ist. Ist überhaupt jemand ausgeschieden, oder haben wir einfach Säftiger bekommen, weil jemand doof geparkt hat? Oder habe ich wieder nicht mitbekommen, wer ausgeschieden ist? Ich habe jetzt oben keine Anzeige gesehen, ob ich gerade gescheuert bin. Okay, erhöhe das Tempo leicht. Wir müssen uns dem Auto vor uns auch bis zu 10 Wagen werden her. Jetzt haben die aber gerade von mir auf Gasse gegeben, ey. Guck mal, geht das Säftiger rein. Nicht die Runde, ne? Fahren wir schon noch eine weitere. Ich weiß noch nicht, was überhaupt passiert. Also, ich habe ja gesehen, dass hinter sich mir immer gedreht hat, Herr Nadel. Aber nur ein Dreher ist ja kein Säftigergrund. Außer hat sich jemand noch zerlegt, aber danach einmal wieder mit dem Replay gucken, was passiert ist. Der Dreher habe ich gesehen, aber ich habe gesagt, dass das Säftiger vorruft. Diesmal auch recht schnell. In Melbourne hatten wir ja erst mal ein Virtuelles und dann haben wir ein Richtiges bekommen. Hier kam direkt das Richtige raus. Die Virtuelle FIA ist hier auf jeden Fall schneller als nicht. Die Virtuellen FIA sind ihre virtuellen Fahrer auf jeden Fall wichtiger. Aber umso mehr Runden wir hinter Säftiger haben, umso weniger Runden muss ich im Regen fahren. Man muss sagen, es geht. Es ist schon sehr schmierig. Du musst beim Excel echt aufpassen. Die Kiste ist sehr viel am Tanzen. Aber im Allgemeinen geht es. Das ist jetzt nicht super tricky zu fahren. Vor allem ist ja auch noch Intermediate-Wetter. Wir haben ja noch keine Full-Wights drauf. Da wäre das, glaube ich, noch etwas ganz anderes. Das hier sehe ich ja auch noch ein bisschen was durch die Gischt. Aber das KI-Update, auf jeden Fall, was mit dem Handic-Update mitkam, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also die Rennen sind auf jeden Fall deutlich spannender wieder. Also ich hoffe natürlich, dass wir jetzt nicht jedes Rennen es heftig haben, weil irgendwann wird es ein bisschen läckerlich. Aber jetzt hatten wir jetzt immerhin nachher Glück, dass hier in Melbourne und Suzuka beides rennen werden, wo es halt Safety-Ker gibt. Ich meine, jetzt hier macht es ja Sinn, hier nach der Haaren halt, jetzt sagen wir mal, was passiert im Regen. Das klingt schon legit, das passt schon. Das ist nicht unglaubwürdig. Der Unfall in Melbourne war halt weird, aber gut. So kommt der Safety-Ker jetzt bitte mal rein. Es reicht jetzt auch. Wir fahren wieder. Safety-Ker kommt in dieser Runde rein. Safety-Ker kommt in dieser Runde rein. Oder mich, dass die Info erst mal so spät zum Ende der Runde kommt. Denk dran, dass bis zur ersten Safety-Ker-Linie Überholverbot herrscht. Aber na gut. Sei bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Jetzt hoffe ich, dass wir hier nicht in der Schikane starten müssen. Das ist aber hier kuschelig. Boah, beschissene Startposition, die ich verwischt habe, ihr dummsäcke, Alter. Die Reifen sind noch in gutem Zustand. Ah, nee, da habe ich richtig beschissene Ausgangslagerwisch aus dem Exit heraus. Ah, Junge, da habe ich aber jetzt nicht richtig profitieren können, wie ich mir gewünscht hätte. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen gelitten unter dem Restart. Egal. Okay, Michael, Gasly vor dir. Wir können nicht zulassen, dass sie uns zu lange aufhalten. Versuchen wir also so schnell wie möglich... Zu lange auffallen, fährst du ein anderes Rennen oder was, Bruder? Überhol den mal kurz. Ja, klar. Ah, halb Sekunden rausgeholt. Da sind wir mal in der 10 Sekundenstraube. Das zählt doch überhaupt nicht als Duell, Mann. Spielst du überhaupt mal kurz, Kasly? Der hat mich einfach komplett abgeankert. Da hat er so viel Start. Genau. Na ja, gut. Ich gebe alles Spiel. Der bohrte ja auch einen Fehler. Es ist wirklich... Eher aus den Exits, Kurven Exits, daraus bin ich schnur. Habe ich nur Tocke durch den Moment, Junge, Junge, Junge. Mit der Werkhörig, Carlo. Der auf dem Schramm bleibt leider. Grüne Flagge. Okay, da gab es wohl einen leichten... ...Rempelage in der Schikane, aber alles gut soweit. Ich weiß nicht, dass man hier vielleicht nochmal überlegen, dass Gessen überholen vielleicht ein bisschen Overkill ist. Und meine Aufgabe, überlebt die Scheiße, vielleicht einfach... ...geiler wäre. Also ich bin für überlebt die Scheiße. Das ist... ...mein Mindset. Wir überleben das hier erstmal. Und dann können wir ja gerne weiter schauen. Alter! Ich muss ja in Gasly auch halbwegs so dranbleiben. Den Platz kriege ich ja gewissermaßen geschenkt. Und Gasly ist der letzte Platz in den Punkten. Heißt, äh... ...ja, erstmal Mission ist überhaupt Punkt geholen. Finde ich aber lustig, dass ich mein eigentlich so relativ... ...ich sag mal mittelmäßig in den Rennen fahre und der Bull einfach ein geheimliches Gespräch mit mir gesucht hat. Interessant. Ey, sie sind ganz okay. Sie fahren sehr mittelmäßig. Haben sie nicht Bock zu uns zu kommen? Wir brauchen neben dem Verstappen einen sehr mittelmäßigen Fahrer. Wer halte den Abstand nach vorne im Auge? Unser zweiter Fahrer zeichnet sich immer durch harte Mittelmäßigkeit aus. Ich weiß nicht, ob ich dann so raffeln möchte. Ich fühle mich dann ein bisschen nicht so wertgeschätzt irgendwie. Hat Alonso führt oder warum bin ich jetzt der Zeit in vorhin gekommen? Mein dritter Sektor ist ja mal ziemlich lecker, muss ich sagen. Den dritten Sektor habe ich drauf. Okay, du holst den Wagen vor dir ein, aber denk dran, dass wir das Rennen mit diesen Reifen zu Ende fahren müssen. Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa drei Zehntel zurück. Und, glaube ich, schaff dann vielleicht drei Zehntel zurück. ich bin ein bisschen begeistert nicht mit gerechnet aber ihr seht auch Gasly ist auch gut am korrigieren gerade beim Exit der ging der Arsch auch ganz gut über den Körb rüber auch stark was passiert hier denn ja moin leute ja kollision mit Gasly Warnung der ist nämlich reingefahren ich musste da irgendwie diesen was auch immer das jetzt war ausweichen ich meine wir haben unser Ziel erreicht kurzzeitig was war denn das jetzt schon wieder was haben die denn da angestellt in der scheiß Kurve man leuchtet ich bin aber der Gleittragende der irgendwie ausgleichen muss was die Karriere versucht man gut dass das dich in einem Schaden ausging ich hab Gasly hätte mir auch ganz entspannt mal kurz mal den Frontspoiler quer über Japan schicken können man hätte ich richtig profitieren können von der Situation aber leider konnten wir nicht so viel rausholen außer Schadensbegrenzung mir nicht das Auto komplett Kern zerlegen zu lassen aber mein Überholmanöver war extrem sexy aber da war da ein bisschen viele Autos im Weg wir müssen ja bedenken wir haben immer noch einen Ricciardo im Nacken hängen der hier auch noch ein bisschen mitwischen will dass man mit dem hier nicht so ein bisschen auf Kuschelkurs kommen wäre ganz gut Boah was weicht der denn da aus meine Fresse Gasly was ist los mit dir heute Boah 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 Ey das war jetzt auch wieder kurz vor ich lasse den Frontspoiler am Heck 1,1 Sekunden Wann das für ein Manöver ich weiß ja nicht mal was deine Mission damit war auch so ich lasse den vorbei wenn ich einen Teamroller bekomme lass die Ferrari hinter dir vorbei aber das ist nicht mein Team ja ist egal lass vorbei wir wollen dann einfach mal den Teamroller durchzwängen na gut gucken wir ob wir uns die Noda aufholen können ich weiß auch nicht was hier passiert mehr meine Presse ey da seid ihr willkommen zurück danke für den Resort jetzt habe ich ihn die ganze Zeit im Nacken hängen ne wie sagt er ist trotzdem eher relevant ich hätte ihn nicht überholen müssen weil wie gesagt die 10 Sekundenstrafe mir den Platz ja eh ich denke mir recht schenkt aber na gut oder jetzt mach jetzt hier mal mach jetzt hier keine wilden Moves bitte das ist der vorausfahrende Auto 1,9 Sekunde das muss jetzt hier nicht sein so vier Runden noch so 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 Okay, Michael. Wir verbrauchen nicht so viel Benzin wie nötig. Also sollten wir jetzt etwas mehr verbrauchen, damit wir am Ende des Rennens nicht so schwer sind. Auch eine geile Vorgabe. Verbrauch mehr Benzin. Okay. Kein Thema. Das sollte ich noch hinbekommen. Das war so ein Goal, das kann ich mit meiner Fahrweise auf jeden Fall entschieden. Aber ich muss sagen, ich hatte vor dem Regenrennen mehr Schiss als nötig, weil das Rennen hier, zumindest auf Intermediates, ist sogar echt ganz gut fahrbar. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ein Full-Wet-Rennen ist. Das haben wir jetzt noch nicht herausgefunden. Aber auch Intermediate kannst du fahren. Du musst ein bisschen aufpassen auf Exits und so raus. Und Gott sei Dank haben wir nicht zu viele langsame Kurven. Ich glaube, auch schreckt mit langsamen Kurven das schwieriger. Weil dann bist du natürlich auf den Exits ein bisschen, weil man mit dem neuen Handling ein bisschen aufpassen muss. Aber das hier ist jetzt gerade auf jeden Fall sehr annehmbar. Gutes Tempo, aber denkt dran, dass die Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Oh, weil die Hinterreifen machen ganz schön feierabend. Letzten Sektor wieder Schnellster, ey. Letzten Sektor bin ich flott, aber die anderen nicht. Deswegen gibt es nicht die Schnellste Rennrunde. Die wäre eigentlich ganz geil, weil das zumindest nochmal ein Bonus-Pünktchen geben würde. Was wir auf jeden Fall eigentlich gebrauchen könnten. Vor allem auf PC-10 wäre das... Oh, gelbe Flagge. Hey, noch nicht mehr. Doch wieder. Was jetzt? Da ist ein Mercedes langsam, ne? Aber der ist, glaube ich, im Sicherheitsbereich drin, heißt es gibt kein weiteres Safety Car. Aber damit haben wir wieder Platz gut gemacht. Nach hinten kann ich mich gerade mal ein bisschen absetzen, was ganz gut ist. Ich hätte Benzin gemütter erhöhen müssen, ne? Ich hätte nur erhöhlen. Aber auch zu wenig, zu wenig Sprit auf jeden Fall. Das reicht, oder? Ne, knapp nicht. Aber Benzin gemütter kann ich nicht erhöhen. Ging, ja, geht ja gar nicht mehr bei dem Spielen. Dann habe ich einfach zu wenig Sprit verbraucht. Jo, ich bin auch sehr Sprit sparen gefahren, sehe ich genauso. Ich kann ja nicht so viel Gas geben, wie sonst. Dass ich ein bisschen an dem Wetter legge, wie mein Team vielleicht hoffentlich auch mitbekommen hat. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen missbauen. Vielleicht noch mal ein bisschen profitieren kann, ja. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen missbauen. Jawohl, Benzin, willkommen zurück. Danke für den Reserv, danke schön. Hier ist auf jeden Fall im Trio dran. Ich hoffe, dass wir hier nochmal in den letzten beiden Runden vielleicht nochmal eine Attacke starten können. butPower auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir noch nicht mehr bei uns kommen. das war ein bisschen sehr aggressiv habe ich zu nur noch mal ganz kurz meinen hinterraten gedrückt oder wird das genauso geil gefunden habe ich das geiles manöver digger schön lief von mitgenommen ja ich bin früher gezogen letzte runde ich komme noch ein manöver hier irgendwo platzieren so leider auf jeden fall nur ganz ganz dezent hier auf das wurde ich mir letztlich gar nicht sage ich dass es ist nur nicht mehr da schön daran bleiben ich glaube dass er da nicht noch einen krassen move aufs toll versuch weil dann haben wir ein problem dann gibt es einen fiesen abgang aber er versucht hier schon ok ich habe bis jetzt passiert dass wir perris außenrum holen jo moin here we go ja ok da muss ich wohl nicht so leid nicht sondern da haben wir gerade perris geholt ja moin p7 ist ok wir haben es überlebt ohne schaden final wieder junge 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 mann ist ein bester fahrer ich habe keiner was er gemacht hat aber wird wohl gut gewesen sein junge junge das waren heute wieder zwei wilde rennen man kriegt überhaupt nicht mit was in der spitze passieren alter wir wissen weiß kein einfacher start sascha es war kein leichter tag aber ich denke das zeug von und so hat fest hatten besiegt und trotzdem einen sieg einfährt ja ok gut ok ok die heutige leistung von ersten martin hat gezeigt dass sie mit den größten namen in diesem sport mithalten können die fahrer begeben sich soeben auf das podium und die reaktion des kursen fahrer schafft können wir für wildwärme und was ist das sein es gibt viele auf und ab da oben obwohl wir nicht so viel mitzumischen haben leider aber das ändert sich noch langsam wir kommen langsam rein weil sie wohl erklärt gestandet ist natürlich wieder besser als wir aber na gut na gut also stefan damit endet ein weiteres fantastisches rennwochenende vielen dank an alle die mit dabei waren wir sehen uns beim nächsten magnus von 19 auf 11 ja moin soweit sie mal kurz guckt ist noch jemand ausgeschieden das wird die selbst die phase gab nee aber elben hat sich glaube ich gedreht ne wir gehen mal ganz kurz wiederholung ich will mal ganz kurz gucken irgendwer hatte sicher gedreht dabei eben schon hinten ich glaube er die safety phase ausgelöst ich glaube er war der grund warum safety gab weil er sich gedreht hat ich habe den williams drehen sind hinter mir aber anscheinend muss er so dermaßen dumm gestanden haben dass er sich für den safety entschieden hat er weggedreht okay alles gut dann gab es ein safety gab ja okay dass die safety kameras natürlich quatsch das spiel bisschen bisschen doof entschieden aber na gut so wir gucken mal kurz in die liste red bull führt aktuell aber nur knapp vor alonso holy shit alter ist es wirklich spannend worden nach drei nach vier rennen ist geil muss man einfach sagen wie der akkul 8 da und der kürze törs wertung ja gut dafür treff wohl wie immer das ist dann auch scheißegal dass es virtuell ist es ist dem spiel egaler domini treff wohl trotzdem so erfahrung war jetzt nicht so gut rennkunst ist geil boah alter temp junge junge das hat aber jetzt das jetzt war eigentlich ein geiles rennen das spiel so fuck you okay ich verstehe noch nicht so ganz wie diese stats berechnet werden die kommen ein bisschen wirrmannschau vor die kommen mir manchmal ein bisschen wirr vor aber na gut es ist wie es ist aber alle ziele erreicht ob sogar ja krass wir haben sogar alle ziele am ende reichen mehr das ist doch gut das hat sich doch gelohnt da kann man doch nicht meckern wie man so schön gut deutsch sagt ach ja so jetzt kommen wir noch mal ganz kurz rein was uns als nächstes erwartet erst mal gibt es bei wöchentlich ressourcen 25 punkte da gehen wir jetzt mal ganz kurz rein bevor wir dann das nächste mal beim nächsten rennen direkt rein starten die tage gibt es auch direkt schon nächsten stream ich denke mal morgen oder ich denke mal eher donnerstagabend gibt es den nächsten stream da werden wir dann entspannt weiter reingehen hier in wunderbar f1 24 war also muss ich sagen bisher alle vier rennen die wir haben haben richtig gebockt auch so sehr ich das neue handling verteufelt und ich wie gesagt diese diese rutschige auf dem heck nicht ganz so geil finde hatte ich heute doch meinen spaß man muss sich halt darauf einlassen und es ist sehr viel übungssache es ist leider nicht so schön smooth wie ich es mir wünschen würde aber na gut das ist alles da müssen wir halt das bild erklär haben es mir jetzt scheiße glas mache ich jetzt so da müssen wir uns langsam halt rein arbeiten bringt nix bringt halt nix gabelbaum wunderbar ja da gab es richtig viele schöne auch richtig viele teile jetzt hat sich richtig gelohnt okay alle neuen teile wurden gefertigt und wir können sie beim nächsten grand prix einsetzen in shanghai gibt es die nächsten teile das hat sich auf jeden fall gelohnt das hat sich auf jeden fall gelohnt hier haben wir doch was neues freilich ach 600 punkte kostet das gut die können wir jetzt nach dem training holen da können wir uns jetzt vorher wahrscheinlich nix mehr gönnen da ist vorher nichts mehr möglich wir gehen mal ganz kurz auf die spezialisten schon mal ein dass wir die für nächstes mal schon mal einbuchen schließend werden das rennen wir in drei runden wir müssen zwei verschiedene motor kompetenzen machen wir nicht fahrer werden das rennen aber auch in 1 80 kilometer das sollten wir glaube ich hinbekommen wir probieren es mal schließt man besser als das team andere team ab als andere teammitglieder rechnen können von fünften oder besser machen wir das andere ziel ist nicht machbar erhalter wollen wir weniger als drei verwarnungen ja das kriegen wir wohl hin erhalte werden jetzt ganz noch nicht mehr als drei strafen ja das kriegen wir auch hin können wir ihn auch ruhig als über das ziel lassen aber mit dem nächsten event wunderbar shanghai runde nummer fünf geht es dann im nächsten stream weiter wie gesagt der kommt denke ich mal donnerstag abend voraussichtlich wird es passieren hat mir heute sehr viel spaß bereitet ich hoffe ihr hattet auch viel spaß dran streamelements wird nächstes mal ein bisschen runterfahren dass ein bisschen mehr chat dazwischen kommt bevor der hier alles voll spammt habe ich auch gesehen ist heute ein bisschen vieles da habe ich wohl anscheinend den timer nicht richtig eingestellt da kümmere ich mich zum nächsten mal drum aber und ich muss mir natürlich sagen dank für den komplett bekloppt insane support heute heute weil maxima bild was gibt es uns abs angehen dankeschön kurs geht raus an euch jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen abend und morgen sehen wir uns im neuen video wieder morgen gibt es eine schöne room tour hier könnt euch das ganze hier mal anschauen und ja dann sehen wir uns im nächsten stream wieder hat auch ein bisschen und tschüss